ARD Text im Auftrag von Funk Mein Schatzi, mein Schatzi will ins Fernsehen. So liebe Podcast-Zuschauer, wir sind hier in Niederklingen und hier wird gefeiert 90 Jahre Fußballverein und 75 Jahre Feuerwehr. Und heute Abend sah es so aus. So liebe Podcast-Zuschauer, wir sind ja heute hier in Niederklingen. Niederklingen ist auch ganz in der Nähe und da sind wir am 23. 9. für euch, also merkt euch die Dates im September bei uns auf www.nosebeach.de. 23.09. sind wir in Nieder Baerbach. Kommen! 24.09. sind wir in Niederklingen. Jesus, das war es so aus. Drei! Kommen! Die Kommen! Drei! 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 So, liebe Podcast-Zuschauer, wir stehen hier neben dem Geburtstagskind von North Beach, die Dani. Dani, wie alt bist du denn heute geworden? 26. Du hast aber ordentlich gefeiert gestern Abend, oder? Ja! Okay, aber für deine 26 Jahre bist du ja schon ganz schön groß. Ja, ich bin, also für eine Frau bin ich wirklich sehr groß. Ich bin 1,65. Alles Gute, Kleine. Danke. Ja, okay, aber ich bin da immer größer als der. Oh, 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 oh. Nein, ich war, ich will noch nicht spielen. Was? Ich will noch ein bisschen tanzen. Oh, 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 oh. Ich brauchst du ein Alter, ist doch auch nichts zu spät. Was? Das ist noch ein bisschen tanzen. Oh, ich bin schön. Oh, ich bin schön. Oh, ich bin schön. Ah, die schmeiß man. Ah, die schmeiß man.